Schönes Spiel, oder? Zusätzliche Häuser. Ja, ist in Arbeit. Wir arbeiten dran. Wir dürfen nur nicht zu schnell dran arbeiten. Ihr wisst das, wie es ist. Zu schnell Wachstum in solchen Spielen sorgt immer für die größeren Probleme. Ah, schon wieder ein Raubtier. Wo? Da hinten. Was denn für einer? Schon wieder ein Wildschwein. Alarm! So, jetzt aber. Schießt! Der ging daneben, das habe ich gesehen. Bogenschütze kämpft hier Vollgas. Was? Das wird schon. So, jetzt ist es erledigt. Ich weiß, wir müssten das wahrscheinlich nicht immer machen. Aber sind wir ehrlich, auf Nummer sicher, bei 16 Einwohnern macht schon Sinn in dem Fall. Das macht schon Sinn. Wir können hier, wollen natürlich auf keinen verzichten. Es wäre halt ein sehr teures Unterfangen, wenn wir hier Leute schon jetzt verlieren würden. ein bisschen mehr Steine abbauen. Ein bisschen mehr Steine abbauen. Das ist wichtig. Wenn wir hier gerade so Steine finden, dann baue ich die halt jetzt einfach mal mit ab. Einfach in der Hoffnung. Das ist schon als Ziel. Könnte ich es nur noch entfernen. Das will ich nicht. Hier oben ist schon wieder so ein Schwein, ne? Das wird halt immer getriggert dann, wenn wir jetzt so nahe kommen. Steine brauchen wir relativ überschaubar viel. Ach, guck mal hier. Mit diesen Schwammpilzen hier dran. So, da schneit es langsam zu in unserer kleinen Siedlung. Auch der See ist schon zum Großteil zugefroren. Eiser, eisern Angel da noch. Eisfischen? Möglicherweise. So, hier wird auch noch kräftig Holz geschlagen. Da werden Wildschweine immer wieder gesichtet. Deswegen werden wir da auch immer wieder Probleme haben. Die lange Straße nach da oben. Ich denke mal, hier oben werden wir dann später mal Felder oder sowas reinbauen. Ich glaube, das könnte ganz gut kommen. So, wir haben für aktuell elf Monate haben wir Essen da. Aber es wird halt sehr viel kaputt gehen. Jetzt müssen wir daran gehen, dass das Zeug halt nicht kaputt geht. Das heißt, Nahrungsmittelproduktion. Wir werden jetzt bauen eine Räucherei. Die Räucherei, ihr seht das dann, die hat so einen leichten roten Schimmer außenrum. Und wenn ich das hier an die Wohnhäuser baue, dann finden die das natürlich nicht so geil. Die wollen die da auch gar nicht dran haben. Da wollen die auch gar nicht mal in der Nähe wohnen. Das heißt, wir werden hier in unser Schundviertel, wenn wir jetzt eine kleine Straße rausziehen, so vielleicht, wir können das schön legen, die Straße, wie wir Bock drauf haben. Ich ziehe die jetzt einfach straight hier raus. Und da kommt jetzt unsere, das ist so unsere Schundecke, ja, da kommt alles hin, was wir sonst nirgendwo in der Siedlung brauchen. So wie die Räucherei. Da wird hier ein schönes Räucherhütchen gebaut. Man kann hier mit acht Stein, was für uns jetzt schon viel ist, kann hier schön geräuchert werden. Direkt beim, kurze Wege, auch von der Jagdhütte, können sie einfach direkt rüber geben und dann da einräuchern. Kein Problem. Hier wird ordentlich ausgeschaufelt. Auch kein Thema bei uns. Unsere Leute machen das alles. Das ist easy bei uns. Gucken wir mal, wie sie ranrennen. Was? Arbeit. Ich bin sofort da. Ah, oh, oh. Wilde Schweinerei hier oben. Wildeste Schweinerei hier oben. Okay. Temperatur extrem kalt. Mäßige Brise. Okay, wir haben es gleich überstanden. Das dauert jetzt nicht mehr ewig. So, der erweitert nach wie vor unseren Wohnraum. Amra, wunderhübschen guten Abend nach dir. Ist ein bisschen zugig bei unseren Leuten, finde ich. Leicht, leicht zugig. Brauchen die noch? Wir schauen mal, ob die da... Ich denke, da hinten werden wir auf jeden Fall einen Brunnen noch einbauen müssen. Äh, wir können das ja auch gleich planen. Warum nicht noch? Hier hin. Kleiner Brunnen. Ist ja auch für später, für die Brandbekämpfung eine wichtige, wichtige Thematik. Äh, dann... Wir kämpfen halt gerade ein bisschen um Stein. Müssen wir mal gucken. So. Dieses Lager, dieses Gebäude ist es voll. Ah ja, guck mal. Wir haben hier ganz schön ordentlich was drinnen. Na, 96 Fleisch. Bisschen Teig. Bisschen Felle. Bisschen Brennholz. Also alles ein bisschen da. Na, dann müssen wir jetzt an die Sache rangehen. Was machen wir mit dem ganzen Zeugs? Das heißt, wir brauchen Lagermöglichkeiten dafür. Wir haben einen Stapelplatz. Da können wir natürlich auch Sachen einlagern, wie jetzt, äh, beispielsweise Holz und so Zeugs. Sollten wir auch vielleicht auch mal hier hinbauen. So, wir haben Neujahr. Auf die vergangene Zeit, mein Freund. Auf die vergangene Zeit. Ein Schluck auf, äh, die Erinnerung an die vergangene Zeit. Na gut, okay. Neuer Dorfbewohner wurde geboren. Wir haben aktuell wie viel? Zwei Kleinkinder. Der Matze, wunderhübschen. Guten Abend, hi. Äh, können wir mittlerweile... Können wir sowas wie ein, äh, Rübenkeller-Lagerhaus? Geht noch nicht. Dafür brauchen wir als allererstes den Stapelplatz, um weiter lagern zu dürfen. Okay, alles klar. Sind wir in Arbeit? Das läuft. Dann lassen wir die Leute mal machen. So, äh, wo sind wir gerade? Der frühe Frühling ist aktuell, äh, das Thema. Das heißt, es wird jetzt langsam, wird es jetzt wieder etwas wärmer. Es wird freundlicher. Man sieht auch jetzt hier überall sprießen die Blättchen. Ah, die Bäume begrünen sich dann wieder. Herrlich. Schönste, schönste, schönste Jahreszeit überhaupt. Hier wird ordentlich synchron, äh, Brennholz geschlagen. Okay. Weitere Wohnhäuser. Ah, Raubtier. Hier, hier, hier drüben. Oh, ihm hier sind die Pfeile aus. Oh. Oh, das ist das Wildschwein wieder. Oh, aber hier, guck mal. Nix da. Der hat Waffen. Wo, 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 rennt er weg? Und rennt er weg? Schieß auf das Schwein! Und jetzt? Ja, jetzt so? Na, also. Hat geklappt. Das war die Jägerin, ja. Aber er hat keine Fernkampfmunition, weil wir müssen natürlich auch Fernkampfmunition selber produzieren erst mal. Und verteilen natürlich auch. Dafür brauchen wir auch wieder wahrscheinlich Holz in irgendeiner Form. Das wird auch noch spannend. Nachtäule, ich wünsche dir was. Hau rein. Hau rein. Hau eine wunderschöne gute Nacht. Ah. Wir brauchen hier nichts weiter, außer das Zeug, was eh schon da ist. Und ein bisschen Brennholz. Alles produzieren wir hier hinten. Die arbeiten quasi in einem geschlossenen Kreislauf. Sehr angenehm. So wollen wir das. Das heißt, wir können jetzt das Zeug zusammenräuchern. Und dann wird das auch am Ende des Tages ein bisschen länger haltbar sein. Also Räucherfleisch ist besser natürlich als frisches Fleisch. Das ist halt relativ flott. Dann halt nicht mehr gut. Und insofern lohnt sich dieses Gebäude hier an der Stelle. So ein schönes Räucherhütchen lohnt sich einfach immer. Bogenmacher, oder wie heißt der Beruf? Blackwing, genau. Sechs Menschen sind in deinem Dorf angekommen. Sie haben vor, einzuwandern. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen oder sie abweisen? Ja, wir können sie aufnehmen, ne? Ja, wir nehmen sie auf, oder? Chat? Schon, ne? Sechs Leute? Ja, ich denke, wir haben Platz. Haben wir dafür? Das sind nochmal sechs neue Arbeitskräfte, hoffentlich. Hoffentlich, oder? Das sind zwei Erwachsene und vier Kinder. Das kann natürlich auch passieren. Ja, nehmen wir auf. Rein da. Ja, passt schon. Passt schon. Passt schon. Gute Sache. Gute Sache. Wir dürfen gleich sich hier nützlich machen. Aber es sind natürlich auch wieder Leute, die mehr essen. Ja, man sieht das jetzt hier. Mal gucken. Können wir hier irgendwo mehr Leute einstellen? Oder ist das so alles Limit hier oben? Ja, das sind alle voll. Gut. Dann stellen wir hier gleich mal wohl... Lassen wir erstmal ein bisschen unser Holz ein bisschen nachproduzieren. Es wird ja auch kräftig hier auch freigehauen. Ein belebter Markt würde helfen, Gold zu verdienen und neue Siedler in unsere wachsende Siedlung zu locken. Märkte beliefern Häuser und verdienen Geld, abhängig von der Anzahl der Häuser in ihrem Arbeitsbereich. Einen Markt sollen wir also bauen. Das können wir doch gar nicht. Dafür brauchen wir eine Sägegrube und ein Lagerhaus. An dem Lagerhaus sind wir gerade dran. Diese Sägegrube haben wir tatsächlich noch nicht. Wir haben nur den Spaltplatz und dafür brauchen wir das Lager. Okay, also dieser Stapelplatz ist elementar, um hier überhaupt irgendwas zu machen. Ja. So. Können wir den auch... Ja, Ressourcen abbauen bitte. Die Ressourcen, wie gesagt, Steine holen wir immer. Hier ist doch auch noch irgendwas, oder? Ne, das sind normale. Hier sind die schon dran. Ah ja, hier, guck mal. Da liegt schon Geräuchertes vor der Tür. 43 im Lager. Sehr gut. Also Essen haben wir schon ein bisschen. Ja, okay. Ich bin da. Ich bin dafür. Okay. So, ich mache mal unsere Aufträge, dass wir Holz abhauen, ein bisschen noch weiter. So, hier ist unser Sammelplatz für eben sowas wie Brennholz, Holzbretter, Backsteine. Dass die Lager in den Gebäuden auch entlastet werden, selbst wenn da alles raus ist. Weil sonst haben wir irgendwann das Problem, das kann dann nicht mal gelagert werden und da hast du eigentlich nicht viel davon immer auf Halde. Und so kann das schön da rein. Siehst du ja, machen sie jetzt auch, jetzt bringen sie das Zeug natürlich auch dahin, wo es hingehört. Wachsen die Bäume auch nach? Ich habe den Eindruck, dass ja, ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Und wenn, dann wird das sehr, sehr lange dauern. Es gibt aber sowas wie eine Baumstuhle, aber ich weiß nicht, ob das nur für die, ähm, für Äpfel und so Zeugs ist. Also für Obstbäume. Das finden wir raus. Denkt daran, den Markt zwischen die Häuser oder so. Ja, das müssen wir dann noch schauen, wenn wir den Markt dann bauen. Jetzt haben wir den Stapelplatz. Das bedeutet, wir gehen jetzt in der Nahrungsmittelproduktion weiter. Beziehungsweise in der Lagerfrage. Da heißt ein Lagerhaus. Ein großes Lagergebäude, in dem alle Gegenstände aufbewahrt werden. Das finde ich doch grundsätzlich mal ganz positiv. Das heißt, wir bauen das irgendwie jetzt so, äh, vielleicht hier vorne hin. So vielleicht. Da oben würde ich es fast nicht hinstellen wollen. Weil da ist es, ja, müssen wir mal gucken. Eher so vielleicht hier. Hier so hin. Schönes Lagerhaus auf der Seite mal. Dann noch ein Rübenkeller. Ja, damit hier das Essen gelagert werden kann. Machen wir auch noch gleich einen zweiten hier noch mit hin. Einfach, na, es ist nie verkehrt genug, Nahrung lagern zu können. Sondern haben wir das hier schon mal. Dann brauchen wir noch die Sägegrube. Können wir dann wahrscheinlich Sachen zusammensägen. Und zwar hier das Ding. Auch das ist nicht so gerne gesehen, ja. Das wollen viele hier nicht. Dann kommt das natürlich wieder hier hinten irgendwo hin. Der Standort hier ist nicht so, nicht so besonders hübsch, ne. Aber das soll er auch nicht sein. Deswegen machen wir das da hinten. So. Hier wird weiter alles abgeschlagen und rausgeholt. Hier ist auch ein bisschen Brennholz schon gelagert. Also das klappt hier auch schon sehr, sehr gut. Hier gehen immerhin 1500 Ressourcen rein. Das ist schon ordentlich. So, dann fangen wir hier an, weitere Konstruktionen hier auch zuzulassen. Weil das ist jetzt auch kein Schaden. Dann können neue Häuschen auch bei uns gebaut werden. Das gehört ins Bärviertel. Ja, genau. Ist wieder jemand Neues geboren? Und zwar Veldana ist geboren worden. Und jetzt Einwohnerin von Zwergfeld. Miss White, einen wunderschönen guten Abend, hey. Sollte ich schon mal wieder neue Häuser bauen. Percy, machen wir. Zwei neue Häuser sind in Arbeit. Hier. Die haben wir freigegeben zur Konstruktion. Weil wir voll sind gerade. Also das ist schon in Arbeit. Die brauchen jetzt im Prinzip aktuell nur Holz. Das ist schon da. Das geht auch ratzfatz, ne. Hier wird schon wieder ein Raubtier. Ist schon wieder das Schwein. Sie rettet sich. Ah, das war ja ein Verfolgungspfeil. Ein bisschen Ablau. Gedankeschön für deinen Follower. Herzlich willkommen hier im Stream. Hi. Was ist denn jetzt mit dem... Will das jetzt das Schwein jetzt niemand jagen? Nein. Hat die Klimaanlage schon was gebracht? Shadow? Ja, auf jeden Fall. Je länger die läuft, desto besser ist es einfach. Auf Dauer hilft das dann schon. Ah, ein bisschen Stein. Stein ist unser Problem gerade. Äh, ist wieder das Schwein, ne? Ja. Lauf! Koradeian! Oder Koradein? Mhm. Bau mal Pfeile. Ja, ja. Alles in Arbeit. Schauen wir mal gerade. So, ne? Okay. Ein Schwein kommt zelten allein. Ja, auch das. Auch das. Hier haben wir jetzt unser Lagerhaus. So. Dann geht es weiter. Was haben wir hier oben? Den Markt sollen wir als nächstes bauen. Das machen wir auch. Die ganzen Rübengeschichten. Wir können auch Felder anziehen. Jetzt schauen wir mal. Hier oben ist tatsächlich gute Wachstumsrate für Felder. Das würde ich jetzt tatsächlich noch nicht im Augenblick machen. Das würde ich vielleicht, weil jetzt wächst dann eh nichts mehr. Und vor allen Dingen, so schnell sind Felder nicht fertig. Felder brauchen auch lange Zeit. Viel, viel Arbeit, bis die dann überhaupt stehen. Das ist tatsächlich recht aufwendig. Wir werden das schon noch machen. So zwei bis dreier Personen. Ja. Felder. So zwei bis drei Personen. Ja, das ist eine gute Sache, glaube ich. Drei, vier ist ein bisschen zu viel. Dafür haben wir zu wenig Leute. Müssen wir mal schauen. Wie viele Leute sind aktuell frei? Neun. Na, müssen wir eh gucken. Müssen wir gucken. Okay. Die Häuser. Schau mal, wie die aussehen. Da ist sogar ein Kochschopf drauf. Schöne Rübenantopf. Herrlich. Wasser. 250 auf Lager. Kein Problem. Ja, mittlerweile haben wir auch 145 Brennholz auf Lager. Auch das ist gut. Obwohl sich unsere ganzen Häuser hier auch ordentlich nochmal eingedeckt haben. Denen fehlt jetzt aktuell nur die Verbesserung hier. Und das ist bald gelöst, denke ich. Wir brauchen halt viel Stein. Sonst kann man ja das Feld fürs kommende Jahr vorbereiten. Ja. Nachdem jetzt tatsächlich nur noch Stein fehlt und sonst nichts mehr offen ist. Könnten wir da reingehen, ja. Also, pass auf. Wir fangen hier mal an. Fruchtbarkeit 62. Drei Personenfelder. So. Ich würde mal ein Feld anfangen und dann langsam steigern. Schauen wir mal. Man kann die Gebäude auch drehen, wegen Eingang zur Straße. Ja, ja. Das geht von der Seite hier. Und die sind ja auch hier so. Genau. Also die sind alle, Gebäude sind alle so zur Straße gedreht. Der hier nicht. Der hier nicht. Habe ich nicht aufgepasst beim Bauen, aber das ist okay. Wobei, ich habe ja, glaube ich, gesehen, du kannst hier Gebäude verschieben. Dann werden die, glaube ich, abgebaut und neu gebaut. Ey, Nenix! Punkt. Ein weiterer Monat Zwergwerf. Ey, Nenix, danke schön für deinen Primary Sub im 28. Monat in Folge. Vielen lieben Dank für durchgehend dauerhaften Support. Danke schön für so viel Liebe. Ausruf zu den Hype, meine Lieben. Danke schön. So. Schauen wir mal gerade hier oben. Ist der da mit drin? Der ist doch gar da mit drinnen. Dann bauen wir hier oben aber trotz alledem noch eine weitere Sammelhütte auf. Das war übrigens das mit Regen gemeint. Na, hier ist ein Pfeil nach draußen. Okay. Holz haben wir, das ist okay. Und McPercy, auch dir vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, McPercy. Für fünf Monate. Dankeschön. Auch dafür gerne jederzeit ein kleines Hype. Ein kleines Hypechen! Die schlagen jetzt hier den Platz erstmal frei. Das dauert schon lange, lange Zeit. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Hypechen! Genau. So ist das. Hier steht auch Paris und angelt. Ja, wir müssen auch gucken, dass wir denn neue Schuhe, neue Kleidung und so weiter herstellen. Also auch all das wird wichtig werden. Aber wichtig ist erstmal am Anfang die Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen und die Unterkunft bereitzustellen. Zwei neue Dorfbewohner sind da, sind geboren worden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben 16 Erwachsene, sieben Jugendliche und fünf Kleinkinder. Das ist auch schon, unsere junge Generation ist schon sehr stark vertreten hier. Wir haben jetzt aktuell Frühjahr-Herbst, also es geht gleich wieder in den nächsten Winter rein. Schöne Sache. Wir haben schon einmal gehypchent. So, wie viel ist hier drin? Ja, das passt. Da ist schon viel zu tun, glaube ich. Was ist denn so essenstechnisch da? Ja, wir haben ordentlich Essen, auch mittlerweile schon hierfür. Oh, da wird schon wieder irgendwas gemacht. Oh, was ist da los? Ah. Na also. Ich finde, die Jahreszeiten-Rotation, kann ich das langsam, ich kann auch langsamer spielen. Aber das ist halt einfache Geschwindigkeit, finde ich eigentlich tatsächlich sehr angenehm hier. Ist ein bisschen schnell, da hast du recht. Also es geht ein bisschen arg schnell. Das ist okay. Ist okay. Könnte man einen Ticken langsamer machen, das stimmt schon. So, hier wird die Sammelhütte bedient. So, ein bisschen hier rüber. Könnte ich das auch noch ernten. Ja, ist gar kein Problem für unsere Leute, die schaffen das. Hier wird auch ordentlich freigeklopft. Aber da muss ja natürlich, das soll ja ein Feld werden. Und das sieht jetzt aktuell eher nicht so wie ein Feld aus, sondern es ist ziemlich überwuchert alles. Auch das müssen wir natürlich vorbereiten. Und, äh, der, was? Der Anderechte. Ähm, vielen lieben Dank für deinen Follower. Herzlich willkommen hier im Stream. Hi. So. Okay, also wenn ich mir das jetzt mal so alles anschaue, ne? Es wird hier, unser Feld wird vorbereitet. Da ist natürlich noch ordentlich, ihr seht schon, 3408 Arbeitsschritte sind noch offen. Ja, also wahrscheinlich das, ja genau, das Feld hier freihacken. Von dem ganzen Schund, ähm, der da drauf ist. So. Dean der Echte. Ah, jetzt. Okay. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Follower. Herzlich willkommen. Jetzt, jetzt sehe ich es. Wunderbar. Guten Abend dir. Hi. Okay. So, pass auf. Unser Feld wird gerade ausgeräumt. Das wird natürlich noch eine ganze Weile dauern. Das wird noch eine ganze, ganze Weile dauern. Aber das ist okay. Dürfen das gerne jetzt hier Stück für Stück beackern. Ist schon wieder Herbst. Man sieht das hier bei uns, ne? Das Laub weht durch die Gegend. Und Husi werden auch dir einen wunderschönen guten Abend. Gebäude. Aber, aber, Moment, Moment. Was? Fischerhörter wurde beim jüngsten Angriff beschädigt? Was für ein Angriff. Ah, ein Bär. Alarm. Alarm. Der Bär will an den Fisch. Schießt. Was hat denn der Bär mit dem... Ach, das ist ja unglaublich. Guck mal, der frisst die Rüben. Der frisst das Wurzelgemüse. So geht's nicht. Das Bärbel. Ach so. Bärbel, bist du's? Kommt denn jetzt dieser Bär her? Oh, das ergreift unser Hauptgebäude an. Schießt. Alle rauf auf ihn. Lecker Fisch mit Gemüse. Ja. Jürichchen, genau so. Oh, oh. Bärbel rennt. Also tapst eher davon, ne? Aber unsere Bogenschützen haben Scharfschützenpfeile. Das ist gar kein Problem für sie, auch weit zu schießen. Scharfschützenverfolgungspfeile. Die ändern auch nochmal im Flug die Richtung. Ah, jetzt, jetzt, jetzt dann, jetzt dann. Komm. So. Hier gibt's gar hoffenweise Nüsse. Bärbel haut ab mit den letzten, mit den letzten Lebenspunkten. Einfach ein Schild raushängen. Hier kein Honig. Ach so. Ja, na gut. Okay, das, 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 das würde schon vielen helfen. So. Äh, ganz kurzer Checkup. Wir haben fast genug Bevölkerung und wir brauchen noch unseren Markt. Markt haben wir noch nicht. Machen wir aber jetzt. Hoffentlich. Ja, können wir bauen. Hat angenehmen Radius. Und erzeugt auch ein bisschen Zufriedenheit hier bei uns. Können wir das auch so hinbauen. Dann würden wir maximal noch, können wir noch auf die andere Seite rüber ausweichen. Aber dann bauen wir halt hier voll über die Bären drüber. Aber das ist halt so. Im Zweifel ist das Dorfzentrumsbereich, dann müssen die Bären halt weg. Und dann müssen die Bären halt weg.